Konnichiwa Minasan! Sind die Japaner eher so ein bisschen zurückhaltend oder sind sie direkt und sagen einem direkt die Meinung? Das ist eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird und ich versuche heute mal so ein bisschen darauf einzugehen, obwohl man natürlich sagen muss, eine sehr schwierige Frage und jeder Japaner und jede Japanerin ist natürlich anders, weshalb man da schlecht alles pauschalisieren kann, aber ich versuche euch von meinen Erfahrungen zu erzählen und von den allgemeinen Tendenzen. Ich würde auf jeden Fall sagen, im Vergleich zu Deutschen sind Japaner eher ein wenig zurückhaltender. Das zeigt sich vor allem in Konversationen und vor allem im öffentlichen Raum. Wenn ihr mit Japanern oder Japanerinnen Kontakt habt, dann müsst ihr euch auf jeden Fall im Klaren darüber sein, dass in Japan sehr viel über indirekte Kommunikation funktioniert. Das heißt, die Japaner werden euch selten die Meinung direkt ins Gesicht sagen, sondern sie werden eure Meinung, sondern sie werden ihre Meinung immer so ein bisschen hintenrum euch mitteilen. Tomawashi nennen die ganzen Japaner das, also dieses hintenherum mitteilen und das muss man lernen zu verstehen. Bei mir war es zum Beispiel so in der Uni, als ich da als Austauschstudent hier angekommen bin, habe ich gedacht, oh ja, ich frage das Mädchen einfach mal, ob sie Lust hat, mit mir was essen zu gehen und dann fragt man so nach. Man hat sich vorher ein bisschen kennengelernt in der Uni und dann fragt man so nach und dann kam als Antwort, ah ja, nächste Woche ist nicht ganz so gut. Dann denkst du als Deutscher natürlich, okay, wenn nächste Woche nicht gut ist, vielleicht ist die Woche danach ja ganz gut. Ah ja, die Woche danach, die ist auch nicht so gut. Dann denkst du ja, okay, wann hast du denn Zeit? Und dann kommt, ja, so das nächste halbe Jahr wird ein bisschen schwierig, weil ich habe so viel zu tun und die Uni und die ganzen Reports, die ich schreiben muss. Und dann denkst du so, oh, was ist das für eine Antwort? Das ist im Grunde die Antwort für, nein, ich habe keine Lust, mit dir essen zu gehen und ich möchte das in Zukunft auch nicht tun. Das muss man dann lernen zu verstehen. Die Japaner wollen ja nicht sagen, nee, passt nicht so gut oder ich finde die nicht so geil oder so, sondern man sagt, und das ist in Japan ein Argument, was immer funktioniert, was auch relativ einfach ist oder gut ist, weil man kann damit immer ablehnen. Wenn ihr sagt, ihr seid beschäftigt wegen der Uni, wegen der Arbeit oder wegen sonst irgendwas, dann wird das von den Japanern in der Regel akzeptiert, weil sie verstehen, okay, entweder die Person ist wirklich beschäftigt oder die Person hat einfach keinen Bock, sich mit mir zu treffen. Und da können wir auch so ein bisschen dann sehen, ob die Person Lust hat oder nicht, gerade was Dates angeht und so. Wenn die Person nach einem konkreten Termin fragt dann, ja, also, ne, du fragst, hast du da Zeit? Die Person sagt, nein, habe ich nicht. Sie sagt, aber hast du dann und dann Zeit, dann hat sie meistens Lust, sich mit ihr zu treffen. Und wenn man dann einen festen Termin ausmacht, dann hat man es auch geschafft, sage ich mal. Aber solange keine Gegenfrage kommt, wann hast du da Zeit oder wie sieht es da aus und man sich auf keinen Termin einigen kann oder so, dann ist meistens einfach kein Interesse vorhanden und man soll das auch vergessen. Aber das wird auch komplett wirklich sehr, sehr stark hintenrum gemacht. In Deutschland wird sowas natürlich auch mal hintenrum gemacht, aber es ist trotzdem noch ein bisschen offener. Auch sowas wie zum Beispiel in Deutschland würde man fragen, wenn Freunde oder so, ne, man sagt, ach, ich kann zu deiner Geburtstagsparty leider nicht kommen oder ich kann an dem und dem Tag nicht. Dann kommt oft die Frage, ja, was machst du denn da? Ne, was machst du denn da? Und dann muss man sich in Deutschland vielleicht irgendeine Ausrede überlegen. In Japan ist das nicht der Fall. Niemand würde dich hier fragen, was machst du an diesem Tag, wenn du sagst, du kannst nicht. Da gibt es auf Japanisch dieses schöne, Yojiga adimas, ich habe irgendwas zu tun, eine Angelegenheit zu erledigen. Und da fragt auch kein Japaner mehr nach, sondern die akzeptieren das. Das heißt, wenn ihr hier seid und ihr fragt die Japaner dann, was machst du denn da an dem Tag, wenn du da nicht kannst? Das ist keine gute Idee. Es sei denn, ihr seid sehr, sehr gut befreundet mit dem Japaner und man kann sowas fragen, weil ihr auf dem Level der Beziehung seid. Aber in der Regel, Japaner, die ihr nicht so, so gut kennt, das fragt man einfach nicht. Das macht man nicht, sondern hintenrum weiß der Japaner eben, okay, du hast was zu tun. Na, entweder du hast wirklich was zu tun und du hast halt keinen Bock und das akzeptieren die dann. Also es wird sehr, sehr viel wirklich hintenrum gemacht in der Kommunikation und deswegen würde ich sagen, sind die Japaner da auch ein bisschen zurückhaltender. Woran liegt das? Man möchte die Harmonie nicht zerstören. Man möchte die Harmonie in der Gruppe bewahren und vor allem auch in der Öffentlichkeit. Das ist für die Japaner mit das Wichtigste und das solltet ihr in der Kommunikation euch auch merken. Das Gesicht darf in der Öffentlichkeit nicht verloren werden. Wenn ihr dafür verantwortlich seid, zum Beispiel in einer japanischen Firma, dass euer Chef das Gesicht öffentlich verliert, weil ihr irgendeinen Fehler gemacht habt, dann war es das für euch in der Firma. Entweder er schmeißt euch raus oder er bringt euch dazu, dass ihr irgendwann von alleine kündigt, weil er will für euch keine Zahlungen dann tätigen, weil wenn er euch kündigt, habt ihr Anspruch auf gewisse Leistungen und so. Das wollen die da meistens nicht. Das heißt, die mobben euch irgendwie so, dass ihr kündigt. Das gibt es auch. Das Gesicht von einem anderen Japaner darf in der Öffentlichkeit wirklich nicht beschädigt werden und deswegen ist man im öffentlichen Raum auch immer sehr zurückhaltend, sehr emotionslos, man ist sehr freundlich, man ist sehr nett und man schaut, dass die Harmonie bestehen bleibt. Man muss also die Luft lesen. Das ist ganz wichtig. Was meine ich mit Luft lesen? Man muss versuchen, die Atmosphäre zu fühlen und nichts tun, was irgendwie die anderen Leute in schwierige Situationen bringt oder eben so die Atmosphäre zerstört. Außerdem kann man sagen, wenn ihr wissen wollt, was denken die Japaner wirklich über mich, schaut vor allem auf die Handlungen. Die Handlungen sind wichtig. Egal, was der Japaner sagt, wenn er zum Beispiel eure Einladung ablehnt zu irgendwas, aber danach bringt er euch ein kleines Geschenk mit oder er lädt euch ein oder so, dann zeigt euch das, ah okay, der mag mich vielleicht doch. Das ist wirklich ganz wichtig, dass man da auf die Handlungen guckt. Dann muss man aber sagen, diese Zurückhaltung und vielleicht diese bisschen Emotionslosigkeit, die passiert vor allem im öffentlichen Raum. Wenn ihr wirklich privat mit Japanern Konversationen führt und Kontakt habt, dann kann das schon wieder ganz anders aussehen. Die Leute von euch, die vielleicht in Japan arbeiten, die Geschäftstermine in Japan mal hatten oder die vielleicht auch einfach als Touristen hier waren und mit Japanern zusammen mal ein bisschen was getrunken haben, also ordentlich Alkohol, die werden wissen, dass Japaner auch ganz anders können und die schön zurückhaltenden Japaner, die sehr seriös wirkenden Geschäftsmänner, wenn die trinken, dann tanzen die manchmal auf Tischen, hauen dir auf die Schulter, sagen, hey yo Kollege, wie geht's dir, was ist los mit dir, schreien durch den Laden und und und. Das habe ich schon sehr oft von Geschäftsleuten gehört, die mir gesagt haben, ey Kevin, was war mit den Japanern da los, ey, die sind auf einmal vollkommen ausgerastet. Ich habe selber auch schon erlebt, also Alkohol und Japaner beziehungsweise Japaner in privaten Situationen. Das ist nochmal ein ganz anderes Blatt. Auch wenn ihr mit einem Japaner oder einer Japanerin sehr, sehr gut befreundet seid, dann sind sie auch schon mal ein wenig direkter. Immer noch wesentlich indirekter als Deutsche, finde ich, gerade auch in Beziehungen, weil viel eben auch in Beziehungen über Tomawashi, also hintenrum irgendwie mitgeteilt wird, zum Beispiel bei Liebesbeziehungen oder auch bei Ehepaaren. Man sagt sich selten, dass man sich liebt. Es gibt auch Japaner, die machen das, aber es ist doch im Durchschnitt immer noch selten. Wie wird die Liebe ausgedrückt? Zum Beispiel dadurch, dass die Frau ein Bento für den Mann macht und da steckt sie dann die Liebe in das Bento und hintenrum heißt das so, ja, ich liebe dich oder der Mann kauft irgendeine Handtasche oder so und da will er dann hintenrum mit zeigen, jo, ich liebe dich, aber es wird selten offen gesagt. Auch über Probleme wird nicht immer geredet in Beziehungen. Ist natürlich in Deutschland auch ein Problem, aber ich würde sagen, in Japan vielleicht nochmal ein bisschen mehr, weil man möchte ja die Harmonie innerhalb der Familie nicht unbedingt zerstören. Es gibt jedoch aber auch eine Japaner, die sich dann eben relativ heftig streiten und es gibt auch im Japanischen den Satz Neko kabutte iru, das heißt im Grunde, man hat eine Katze auf seinem Rücken oder auf sich drauf. Damit meinen die Japaner, wenn jemand Neko kabutte iru macht, dann ist er nicht ganz ehrlich zu seinem Partner in der Beziehung oder was heißt nicht ganz ehrlich, er hält sich noch ein bisschen zurück und lässt nicht sein wahres Ich zum Vorschein kommen. Und dann, wenn die Katze weg ist, dann ist man eben, hat man sein wahres Ich. Das konnte ich sehr gut beobachten bei Mayus' Tante. Mayus' Tante hat letztens geheiratet, dieses Jahr ist auch schon wieder ein paar Monate her. Auf jeden Fall war sie dann mit ihrem Freund, als sie noch nicht verheiratet war, ein paar Mal bei Mayus' Oma und wir waren auch bei Mayus' Oma zusammen dort und haben gegessen. Und es war sehr interessant, denn die Interaktion oder das Verhalten von Mayus' Tante, als ihr Freund dabei war, war ganz anders, als wenn man Mayus' Tante mal persönlich irgendwie so getroffen hatte, im familiären Kontext, ohne dass ihr damals noch Freund dabei war. Und da hat Mayu und Mayus' Familie nämlich auch immer gesagt, ja, ja, die Tante, die hat noch die Katze da oben drauf, ne, Neko kabutte idu. Und dann jetzt in letzter Zeit, ne, sie haben geheiratet und jetzt merkt man eben, dass sich die Tante auch ganz anders verhält, wenn ihr Mann dabei ist. Und da kann man jetzt sagen, okay, die Katze ist weg, sie hat jetzt ihr wahres Ich rausgelassen, ob dem Mann das jetzt so gut gefällt oder nicht, keine Ahnung, steht auf dem anderen Blatt, vielleicht hat er sich auch gewundert nach der Heirat, oh, was ist denn mit ihr passiert? Ist ja auf einmal ganz anders. Das passiert durchaus eben auch. Das heißt, die Japaner haben eben diesen Ausdruck und man kann schon sagen, in privaten Beziehungen sind sie dann schon ein bisschen direkter, sie lassen auch mal ihr wahres Ich raus und da wird dann nicht immer so viel Luft gelesen. Es gibt auch, wollte ich auch nochmal ein Video drüber machen, es gibt auch Japaner, die gar keine Luft lesen können. Das ist auch interessant zu sehen. Aber da werden sie dann schon mal ein wenig direkter. Wichtig in Japan und im Kontakt mit Japanern ist eigentlich immer, dass man sich versucht in die andere Person hinein zu versetzen und dass man versucht herauszufinden, was denkt die Person, warum macht sie das, was sie macht. Aus deutscher Sicht ist das manchmal wirklich extrem anstrengend. Ich habe auch schon von vielen Deutschen gehört, die eine japanische Freundin hatten und die gesagt haben, ja, meine japanische Freundin war einfach sauer auf mich, ich habe keine Ahnung warum, ich habe gefragt, sie hat es mir nicht gesagt und aus Sicht der Japanerin ist das dann so, naja, der hat einen Fehler gemacht und ich möchte, dass er durch Nachdenken und Reflexion alleine darauf kommt, was er denn falsch gemacht hat und sich bei mir entschuldigt. Habe ich schon gesehen, dass deswegen auch Beziehungen auseinandergegangen sind, weil der Deutsche dann irgendwann gesagt hat, auf die Scheiße habe ich keine Lust mehr, das mache ich so nicht und ja, das hängt aber auch immer von der Japanerin dann ab, ne, hängt immer davon ab, auf welchen Japaner oder Japanerin man trifft. Generell die Japaner, die ein Interesse am Ausland haben und die auch gut Englisch können oder irgendeine andere Sprache, die sind da meistens ein bisschen offener und direkter als die Japaner, die nur Japanisch können und wirklich in Japan einfach nur leben und gar kein Interesse am Ausland haben. Um es als Fazit vielleicht nochmal zusammenzufassen, sind Japaner zurückhaltend? Ich würde sagen, ja, im öffentlichen Raum definitiv, auf jeden Fall, sehr zurückhaltend. Tatemai, also das Bild oder Gesicht, was sie nach außen verkörpern, ist nicht immer das, was sie auch wirklich denken, sondern sie wollen höflich sein, sie wollen die Harmonie bewahren. Es gibt auch ein paar Japaner, die da natürlich ausreißen, aber im großen Durchschnitt sind sie in der Öffentlichkeit sehr zurückhaltend. Wenn es ins Private geht, private Beziehungen, Freundschaften, man geht miteinander trinken, hat Spaß oder so, dann kann das Ganze schon wieder ein bisschen anders aussehen. Viele Japaner sind dann wesentlich lockerer, ich meine, der Alkohol spielt mit Sicherheit auch seine Rolle, sind ein bisschen lockerer, sind ein bisschen direkter, sagen auch mal ein bisschen direkter ihre Meinung, aber auch da muss man sagen, sind sie in der Regel noch relativ zurückhaltend und man muss als Ausländer ein bisschen aufpassen, dass man es in diesen Situationen nicht zu sehr übertreibt, denn wenn ihr auf einmal zu sehr dann vorprescht und Fragen stellt, die ihr vielleicht nicht fragen solltet oder so, dann kann das unter Umständen auch mal schlecht ankommen, vor allem im geschäftlichen Kontext, wenn ihr hier irgendwie arbeitet oder so. Da muss man ein bisschen gucken, muss man ein bisschen Gefühl für bekommen. Aus deutscher Sicht ist es manchmal auch nicht ganz einfach in der Kommunikation mit Japanern, weil eben diese Harmonie und alles so wichtig ist, aber wenn ihr euch das bewusst macht und wirklich versucht in der Kommunikation das zu beachten und mitzudenken und zu schauen, was machen die anderen, könnte das, was ich sage, die anderen verletzen, könnte das die Harmonie irgendwie zerstören und ihr versucht, all das zu beachten, dann steigt ihr im Wert bei den Japanern auch unglaublich, weil die merken das natürlich. Die haben nämlich im Kopf das Bild, dass ein Ausländer nicht in der Lage dazu ist, das zu tun. Ja, ja, die Ausländer können keine Luft lesen, die können die Harmonie nicht bewahren und so, die sind zu direkt. Wenn ihr das ein bisschen zeigt und sagt, okay, für den öffentlichen Raum spiele ich das Spiel in Japan mit, was die wollen und im privaten Raum kann ich mir dann einen Japaner oder eine Japanerin suchen als Freunde oder als Partner, der da vielleicht ein bisschen mehr entgegenkommt und ein bisschen lockerer ist, dann steigt ihr im Wert wirklich sehr und euer Leben hier ist wesentlich einfacher. Die Japaner werden euch auch viel offener entgegenkommen, weil sie eben merken, okay, da ist ein Verbündeter sozusagen, der versteht, wie wir denken und das gibt den Japanern natürlich auch eine gewisse Sicherheit und beruhigt die Japaner in der Kommunikation und im Umgang mit euch. Nun gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen helfen im Umgang mit Japanern und konnte vielleicht dem einen oder anderen, der Probleme im Umgang mit Japanern hat, auch ein bisschen erklären, okay, wo könnte eventuell das Problem liegen. Schreibt mir gerne von euren Erfahrungen auch in die Kommentare, würde mich interessieren, was ihr da so für Erfahrungen gemacht habt. Viele von euch haben wahrscheinlich dann in Japan beim Trinken mit Japanern eben auch gemerkt, dass Japaner vielleicht nicht immer so zurückhaltend sind. Würde mich auch interessieren, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Und ansonsten schaut gerne in die Videobeschreibung. Da gibt es noch einen Link, über den ihr meine Arbeit hier durch eine direkte Spende unterstützen könnt. Es gibt viele Online-Kurse, falls ihr Japanisch jetzt selbst mal lernen wollt und dann mit den Japanern auf Japanisch kommunizieren wollt. Und es gibt meinen Amazon-Affiliate-Link. Wenn ihr über diesen Link was auf Amazon kauft, bezahlt ihr keinen Cent mehr, aber ich bekomme noch eine kleine Provision und so könnt ihr mich natürlich auch unterstützen. Vielen Dank für's Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!